Immer dieses Corona. Ja, klar. Irgendwas ist immer. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW. Die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 46 und nehmen heute am Mittwoch, den 22. April 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Na, was macht die Corona-Krise mit dir? Tja, was macht sie mit mir? Sie nimmt mir den ESC. Oh ja. Oh ja. Also wenn ich drüber nachdenke, worüber wir heute eigentlich geredet hätten und worüber wir jetzt reden werden. Ja. Ja, das ist schon eine große Diskrepanz. Wir hatten ja eigentlich vor, diese Folge ein bisschen eher zu machen. Und dann ist uns eigentlich so ein bisschen aufgefallen, dass auch gar nicht so wahnsinnig viel im Moment auf dem Tableau ist und so weiter. Dann haben wir da jetzt eine gute Woche irgendwie gewartet oder sogar zehn Tage waren das, glaube ich, sogar schon. Ja, wir wollten irgendwie Ostersamstag sogar aufnehmen. Mensch, das ist sogar noch länger her. Und plötzlich purzelten dann doch so ein paar Themen rein, die eigentlich, ja, das so ein bisschen ersetzen, was den, also der ESC 2020 ist noch nicht komplett tot. Also es tut sich immer noch eine ganze Menge und da merkt man irgendwie auch wiederum, auch wenn es manch anderer anders sieht, es ist nicht nur eine Fernsehsendung. Da kommen wir vielleicht auch noch mal so an der einen oder anderen Stelle. An einer Stelle fällt es mir dann auch jetzt schon gerade ein. Da werde ich nachher noch was zu sagen. Und ja, da ist eine ganze Menge, da ist eine ganze Menge passiert. Mich, also wir haben ja, also erst mal vorweg für alle die, die mit dem Eurovision Song Contest nicht so viel am Hut haben. Er findet ja alljährlich immer im Mai statt, immer in dem Land, in dem das im Vorjahr gewonnen hat. Und dieses Jahr sollte es in den Niederlanden, in Rotterdam sein und die Corona-Krise ging wie ein Tsunami. Nicht nur über den ESC, sondern auch über Fußball, Europameisterschaft, Olympia. Seit gestern wissen wir auch, dass es kein Oktoberfest in 2020 gibt. Und ja, und das ist natürlich so eine Geschichte. Und wir haben einen Tag nach dieser, nach dieser Absage dann eine Folge gemacht. Da waren wir beide, glaube ich, auch ein bisschen noch durch den Wind gedreht. Wie ging dir das da? Echt, klingt das so, wenn man sich das anhört. Das war nicht die Absicht. Wir haben schon versucht, das irgendwie gescheit einzuordnen. Aber ja, jetzt haben wir natürlich den Abstand dazu. Und wir könnten das vielleicht noch mal alles ein bisschen mehr mit Ruhe analysieren. Und auch schauen, was seitdem passiert ist. Aber das war ja auch damals, als das dann abgesagt wurde, kam ja nicht mehr so richtig überraschend. Und ja, wir waren schon, glaube ich, sehr geschockt. Also es war so ein bisschen, ja, man hat es schon so ein paar Wochen vorher kommen sehen. Und es war dann so ein bisschen, ja, weiß gar nicht, ob das jetzt befreiend war oder so. Aber irgendwie, als es dann bekannt wurde, hat man auch erst mal so gedacht, ja, das hat es in der Geschichte des ESC so auch noch nicht gegeben. Vielleicht eine kleine Verschiebung. Wir hatten das ja mal, was war das jetzt noch mal? 77, glaube ich, ne? Mit den Kameramännern. Die Kameraleute der BBC irgendwie gestreikt haben. Und vier Wochen später ging es dann weiter. Aber das ist ja jetzt einfach mal so eine Verschiebung, die schon ganz schön heftig war. Das muss man ja auch mal so sagen. Ja, aber es rollte trotzdem so langsam an. Ich habe ja in der letzten Folge auch viel erzählt von Dänemark. Da die ersten Auswüchse schon kamen im Vorentscheid, wo ich ja da war. Da konnte man es dann so langsam anrollen sehen. Was es natürlich nicht besser gemacht hat, aber was dann schon so, als die Nachricht an sich kam, hat sie mich nicht mehr überrascht. Ja, ja, das war irgendwie nicht so toll. Nee, das ist wirklich nicht das Tollste. Letztes Mal habe ich aber tatsächlich was ganz, ja, finde ich schon Wichtiges irgendwie verpasst. Du warst ja, bevor das irgendwie losging, mit deinen Mitstreiterinnen von FRÜV in Berlin. Und ihr habt für euren Podcast Frauen reden über Fußball einen Preis entgegengenommen für euren Podcast. Erzähl doch mal davon, Sonja. Ja, der Preis ist der goldene Blogger für das Sportblog des Jahres. Das war natürlich eine schöne Nummer. War jetzt auch bei mir war es halt der Zufall, dass ich sowieso das Wochenende davor in Kopenhagen war und dann über Berlin heimgefahren bin. Also diesen Abend da mitgenommen habe. Wir waren, glaube ich, zu zwölft. Also wir sind insgesamt so um die zwanzig Mädels, die das machen, immer in wechselnder Besetzung halt diese Folgen aufnehmen. Und von denen waren zwölf da. Das ist schon eine ganz gute Quote. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hochgefahren wäre nach Berlin, wenn ich nicht eh auf dem Weg gewesen wäre. Aber so war das schön mitzunehmen. Und man wusste, dass man nominiert ist. Man wusste übrigens nicht, woher. Also irgendwer hat uns da vorgeschlagen oder wie auch immer. Wir sind auf dieser Liste gelandet. Und dann wurden von dreien, hat dann immer einer diesen Preis gewonnen in verschiedenen Kategorien. Teilweise wurde per Publikum abgestimmt oder es wurde von der Jury ausgewählt. Bei uns war das so mit der Jury. Ja, und war dann ganz nett, dieses Ding zu gewinnen. Ich bin halt so ein bisschen ambivalent immer, was diese Preise betrifft. Weil im Grunde ist es, wer es gerne hört, wen es interessiert, der hört sich das an. Und wen es nicht interessiert, der hört das nicht. Also ich weiß nicht, ob man sowas mit Preisen immer auf- oder dann ja theoretisch auch den Rest abwerten muss. Und natürlich in meiner Branche, im Journalismus, haben Preise ja nochmal sowas ganz anderes. Also da irgendwie einen Preis kriegst für irgendwas, was du super schön geschrieben hast, da bin ich immer so ein bisschen allergisch. Ich finde das Wichtigste im Journalismus ist einfach sauber zu schreiben und nicht irgendwie nochmal eine Schleife, um den nächsten Nebensatz zu machen. Ja, aber in dem Fall hat es mich dann doch so ein bisschen auf jeden Fall gefreut, weil das ist ja auch was, wir machen das komplett ehrenamtlich. Also es sind ein paar Journalistinnen dabei, ein paar, die selbst Fußballspielen gespielt haben oder wie auch immer einfach nur Fans sind, nur in Anführungszeichen. Und wir machen das alle nebenbei. Also wir verdienen daran nichts. Wir rufen ja auch immer dazu auf, das Geld, was Leute uns spenden wollen, würden an Organisationen zu geben, die wir dann immer benennen. Und von daher fand ich das eine sehr schöne Anerkennung und hat natürlich auch so ein, dann doch schon ein politisches Signal. Also so hier Frauen reden über Fußball, ja das gibt's auch, ja das geht auch, ja das geht auch nicht um Spielerfrauen in ihrer Handtaschen, sondern es geht wirklich um Fußball. Und das hat mich dann gefreut, gerade auch, weil Becky kennen wir ja auch aus dem ESC-Hintergrund, haben wir auch schon mit aufgenommen, beziehungsweise ihr, damals in der anderen Besetzung noch. Und die hat das ja mitgegründet und allein dann schon die Augen von unseren Gründerinnen da zu sehen, das war's wert. Also die gestrahlt haben einfach alle, dass wir mit der Idee dann so weit gekommen sind. Für mich persönlich ist es ein bisschen komisch, fand ich dann doch, weil ich meine, du kennst mich, ich rede viel über Fußball. Ja, und das mach ich halt schon mein ganzes Leben lang und das hab ich früher gemacht. Da haben mich alle angeguckt und so, ja was willst du denn als Mädchen zum Fußball und dann redest du auch noch die ganze Zeit darüber. Das fand ich keine angemessenen Reaktionen zu sagen, so, ja was willst du? Also, und ich find's auch eigentlich keine angemessenen Reaktionen, mir einen Preis zu geben dafür, dass ich über Fußball rede, weil das mach ich sowieso den ganzen Tag. Deswegen sind das jetzt so zwei Extreme, die da irgendwie zusammenkommen. gipfelnd in diesem Preis jetzt irgendwie als netteres Extrem. Aber natürlich trotzdem irgendwie, ja, es ist schön und können sich natürlich auch viele irgendwie in die Bewerbung schreiben oder wie auch immer. Oder wie gesagt, einfach Becky, die das mitgegründet hat, bei ihr ist der Preis jetzt, das weiß ich, der steht da jetzt in der Vitrine. Und das ist dann vollkommen verdient und ich setz mich da halt alle paar Monate mal dazu und rede über Fußball. Und das mach ich ja auch, wenn kein Mikro an ist, von daher. Ja, du warst, glaube ich, neulich dabei, wo ihr über die Fußballmomente dann miteinander gesprochen habt, ne? Ja, in der neuesten Folge war ich dabei. Das haben wir dann so ein bisschen rückblickend gemacht, weil es ist natürlich im Moment so was Aktuelles aufzugreifen, auch schwierig. Und man will ja auch nicht immer nur über Corona reden, das machen ja sowieso schon alle. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal irgendwie Fußballmomente. Was ist uns hängen geblieben? Was war da vielleicht auch sehr emotional? Und ja, wer sich das anhören mag, es wurde auch sehr emotional, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also ich hab die mir tatsächlich auch angehört. Oh je. Bin ja jetzt nicht so der Fußballfan, aber das war halt dann ja auch, ich sag mal, sehr, sehr allgemeiner irgendwie auch. Und das konnte man sich gut anhören. Setzen wir dann auch nochmal in die Shownotes. Ist, glaube ich, momentan auch die aktuellste Folge. Genau. Und ja, ist natürlich auch klasse. So lange gibt es ja, glaube ich, den Podcast auch gar nicht. Würde mal sagen so etwas über ein Jahr oder so, glaube ich, ne? Ja, genau. Und da schon gleich so ein Preis dafür. Also Hut ab. Da müsst ihr sehr viel richtig gemacht haben. Insofern auch nochmal Glückwunsch von mir und macht weiter so. Das finde ich gerade in der Podcast-Welt gibt es einfach auch nach wie vor immer noch zu wenig Frauen. Und ich wollte gerade sagen, zu wenig Männer. Das wäre jetzt ein schöner Freundschaftsversprecher gewesen. Nee, es gibt einfach immer noch nicht genug Frauen, die auch Podcasts machen. Und das ist mal so ein schönes Gegenbeispiel dafür. Das finde ich schon. Und wie du schon sagst, es geht nicht um Handtaschen und Spielerfrauen, sondern es geht schon um Fußball. Das ist ja auch ganz wichtig. Genau. Und deswegen wollte ich da auch nicht rumzetern im Sinne von, ey, ich will keinen Preis. Ich mache da nur meinen Job. Es ist nicht nur ein Job, weil es ist für uns einfach nebenbei ehrenamtlich. Und auch, es ist einfach ein gutes Statement noch. Was wir mit dem ganzen Ding setzen und was dann natürlich so einen Preis auch nochmal zusätzlich setzt. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass es quasi so der letzte gesellschaftliche Abend war, den ich so hatte und für lange Zeit haben werde. Weil es einfach, wie schon gesagt, auf der Rückreise von Kopenhagen war. Es war, glaube ich, der 9. März dann in Berlin, dieser Abend da mit der Preisverleihung. Und relativ danach wurde ja alles irgendwie limitiert und dicht gemacht. Und das ist immer noch so der, wenn wir uns daran zurückerinnern, auch im Team, ist das immer so der letzte Abend der, ja, theatralisch gesagt, der alten Welt, ne? Ja. Ach so, das war sogar noch nach dem dänischen Vorentscheid die Woche, ne? Genau, das war auch, genau. Der dänische Vorentscheid war ja Samstag. Und ich habe dann überlegt, wann fahre ich zurück. Und dann bin ich einfach Montag nach Berlin und Dienstag von Berlin nach Hause. Und am Montagabend war die Preisverleihung. Das heißt, es lief schon alles so an und wir haben auch gedacht, okay, ob das noch stattfindet, mal gucken. Und das fand aber dann noch statt. Ja. Ja, genau. Ich war am 9. noch beim Interview mit Ben Dolitsch. Und dann war das Thema bei mir auch dann durch. Ja, mir ist neulich gerade eingefallen, schönen Gruß an Patrick. Im Grunde genommen das Einzige, was jetzt vom ESC 2020 sozusagen übrig geblieben ist, ist auch tatsächlich mein Konzert von Duncan Lawrence, der in Hamburg war, Ende letzten Jahres. Das war dann so das einzige ESC-Feeling, was man dann auch von dem Jahr 2020 dann so mitgekriegt hat. Das hat sich dann auch sehr stark irgendwie eingeschränkt. Ja, ich hatte zum Glück ja Groningen noch mit mehreren ESC-Sachen. Genau. Denn wann wäre das denn gewesen? Am 4. April wären wir ja schon in Amsterdam gewesen bei Eurovision in Concert, was ja auch schon relativ frühzeitig dann abgesagt worden ist. Jetzt kamen vor ein paar Tagen, dass man jetzt, wenn man Karten hat, die kann man jetzt im nächsten Jahr gleich benutzen. Also sie verschieben sozusagen Eurovision in Concert 2020 in 2021. Da soll es dann noch irgendwelche weiterführenden Informationen dazu geben. Ist wahrscheinlich so ein kleiner Wink, um sozusagen nicht allen die Tickets wieder zurückzahlen zu müssen. Und das soll, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, der 10. April 2021 soll das dann, glaube ich, in Amsterdam stattfinden. Das werden wir mal gucken. Dazu sind wir leider auch nicht mehr gekommen, um nach Amsterdam. Wir hatten uns noch akkreditieren lassen. Da kam aber, glaube ich, gar keine Antwort mehr, weil das dann schon irgendwie hinfällig geworden ist. Ja, da war es schon abgesagt dann, bevor sie das hätten beantworten müssen. Ja, genau, da war das dann irgendwie durch und ja, das ist eigentlich auch sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, Früff nochmal herzlichen Glückwunsch und macht auf jeden Fall weiter so. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Ja, dann ging ja sozusagen diese Corona-Zeit irgendwie auch los und Dr. Eurovision, unser Irving Wolter, der war ganz am Anfang dieser Phase, wo wir dann alle entweder ins Homeoffice gegangen sind oder alles war irgendwie, plötzlich ging die ganze Welt unter, sag ich jetzt mal. War Irving auch mal zeitweise auch in, musste er in Quarantäne bei sich zu Hause. Er hatte dann Gott sei Dank hinterher auch nichts und er hat jetzt zu, er hat jetzt eine Sprechstunde initiiert, die er jetzt jeden Tag irgendwie macht. Immer um 20.30 Uhr und ungefähr eine Stunde. Und wie wir das vielleicht schon aus dieser Facebook-Zeit kennen mit ihm, immer so in loser Folge als Katerfrühstück, macht er jetzt im Grunde jeden Tag. Entweder wird über einen Jahrgang gesprochen, ganz unterschiedlich. Da war er schon mal 1957, 1983, 2013 und so weiter. Oder auch einzelne Themen wie zum Beispiel Österreich beim Eurovision Song Contest. Und wir waren unter anderem eingeladen, das war dann so eine, auch wie so eine Videokonferenz zu dem Thema, was sind unsere Kindheitserinnerungen beim Eurovision Song Contest. Da waren wir zusammen zugeschaltet mit Imke, mit Martin und mit Hans aus den Niederlanden. Und wir haben da so eine knappe Stunde über unsere Kindheitserinnerungen gesprochen. Du bist ja noch ein bisschen jünger und hast ja dann irgendwie Gildo Horn angeführt. Ja, da konntet ihr alle nur schmunzeln so. Ach Gott. Na, wobei das auch wieder so eine Zäsur bei mir war, wo ich dann auch mal wieder eingeschaltet habe. Also ich habe auch nicht durchgehend seit meiner Kindheit immer den ESC geguckt. Die 90er waren ja für mich auch immer nicht ganz so spannend. Die habe ich dann immer mal so zwischendurch mal so im Nachgang immer noch mir nochmal angeguckt bei Facebook, äh nicht bei Facebook, bei YouTube. Und da waren aber so ganz interessante, also so diese Geschichten, auch wie Irving dann sagte, wo er das dann irgendwie per Band aufgenommen hat. Und, ähm, ich glaube in dem Jahr später, 1980 war das dann, wo er dann irgendwie die Sendung aufgenommen hat und hinterher schon Bandsalat irgendwie halt hatte. Und alle Songs, ähm, dann in dem Sinne verloren war, weil es gibt ja keinen, gab es ja damit noch kein Internet, wo man sich die Songs nochmal woanders irgendwie anhören konnte. Und, ähm, das war, aber das war eigentlich ganz interessant, ne? Also, ähm, das war schon ... Ja, unbedingt war eine, war eine schöne Runde. Natürlich waren wir auch, wie du schon gesagt hast, gut durchmischt mit vielen Jahrgängen, die dann natürlich ganz verschiedene Sachen anführen konnten. Und ich für meinen Teil hab mich so ein bisschen natürlich auch drauf vorbereitet, so mit Kindheitserinnerungen und so. Und bin seitdem doch wieder sehr in Brainstorm verliebt. Und gerade auch in den Sänger, muss ich sagen. Also, das, das ist schon nach wie vor immer noch mein allerliebster Lieblingsauftritt, ähm, Meister 2000. Und, äh, da hab ich mich natürlich so ein bisschen wieder reingelesen, reingehört und, äh, ja, das halt noch nach, muss ich sagen. Ja, also, ich hab's mitunter, wenn ich die Zeit, äh, habe, ich arbeite ja im Moment auch grad ein bisschen weniger durch diese Corona-Zeit. Und manchmal, man weiß das, man, wir knobeln das ja, also, was heißt wir, ich bin da immer so, ähm, nicht jeden Abend dabei, aber fast schon. Und da ist jetzt auch so eine kleine Gemeinde entstanden. Und am Ende der, ähm, dieser, dieser, dieses Chat sozusagen, äh, wird dann immer ausgeknobelt, worüber reden wir denn morgen? Und dann schreibt jeder irgendwie eine Jahreszahl rein, was er denn gerne mal behandeln möchte und so weiter. Und, ähm, mitunter, wenn ich den Nachmittag noch Zeit habe, dann, äh, guck ich mir tatsächlich diesen ESC dann nochmal an. So wie neulich zum Beispiel 1983. Den hab ich, äh, tatsächlich auch, äh, live gesehen, aber so richtig erinnern kann man sich ja auch nicht mehr so an jedes Detail. Mit Marlene Scharrell als, äh, Moderatorin. Und, ähm, das ist dann schon auch, ähm, sehr, sehr gut. Und dann war zum Beispiel neulich auch dieser, dieser Jahrgang 1980. Über den haben wir ja letztes Jahr, ähm, mit den Kollegen vom ESC-Schnack ja, äh, mit dem, über den haben wir ja auch am Rande gesprochen. Weil, äh, Johnny Logan da ja, ähm, das erste Mal dann auch gewonnen hat. Und auch da musste ich wieder feststellen, ein verdammt guter Jahrgang mit sehr vielen Hits, äh, die man, äh, auch bis heute irgendwie auch ganz gut kennt. So von Amsterdam über, Paola hat da Cinema gesungen und die aus Luxemburg, Papa Pinguin und so. Also das, da waren schon wirklich, äh, ziemlich gute Sachen dabei. Und, ähm, und dann gibt's halt tatsächlich wieder so Jahrgänge, wo man so denkt, ja, es war auch gar kein Wunder, dass der und der gewonnen hat. Also, ähm, die anderen Sachen sind, äh, halt alle eher so, liegen so da drunter. Auch selbst, wenn man's bewertet, äh, anhand des Zeitgeistes von damals. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, also immer, ähm, schön auf den Kanal gehen. Ab 20.30 Uhr ist, äh, äh, Dr. Eurovision bis auf Weiteres immer, ähm, sozusagen in der Sprechstunde, wie er selber sagt. Und das… Alle Kassen. Genau, alle Kassen. Und, ähm, das, äh, ist ganz gut. Und ihr könnt dann halt sozusagen per Chat mit ihm euch da unterhalten. Und ab und zu macht er auch, äh, nimmt er auch Leute mit in die Sendung mit rein. Und, äh, wenn mal wieder sowas ist, wo er euch interessiert, da auch mal mitzudiskutieren, dann braucht ihr euch einfach nur bei ihm zu melden. Und dann werdet ihr, ähm, da einfach so zugeschaltet. Ja, also das kann man… Er hat dann noch eine Veranstaltung, ähm, die er mal bei der Volkshochschule Hannover macht, wo er so eine Art Preview auf den Jahrgang 2000… Nee, auf den Jahrgang des Eurovision Song Contests. Und das stand dieses Jahr auch wieder an. Das musste nur abgesagt werden, weil man ja sozusagen keine… Ich will nicht sagen Großveranstaltungen, aber jedenfalls, man kann jetzt nicht mehr so zig Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen. Und das hatte er dann auch per, äh, Livestream gemacht. Das ging, glaube ich, über vier Stunden. Ging, war am letzten Freitag, war das, den 17. Kann man aber auch noch bei YouTube irgendwie nachgucken. Und da hat er immer 30 Sekunden lang, ähm, den Song angespielt, was dazu gesagt. Und, äh, wir konnten im Internet, im Chat dann auch, äh, darüber dann schreiben, wie wir, äh, dann den einzelnen Song gefunden haben. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Was hast du noch so gemacht die letzten vier Wochen? Gibt es, äh, da noch irgendwas nachzutragen? Na, ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht weniger arbeite als sonst. Halt nur aus dem Homeoffice. Also bisher ist es aber stabil geblieben. Äh, der einzige Unterschied ist halt, dass ich nicht draußen rummach. Also, dass, dass ich mir irgendwie Anfahrtswege in die Redaktion spare und natürlich auch nicht zu Konzerten gehen kann. Einfach keine Stadt finden. Aber grundsätzlich habe ich schon noch Schichten und bin da einiges am Wegarbeiten für diverse Arbeitgeber. Kann auch gerne so bleiben. Also, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber deswegen sterbe ich jetzt nicht vor Langeweile und, äh, schaffe es auch leider nicht immer in die besagte Sprechstunde. Aber versuche dann doch mal reinzugucken, wenn ich kann, weil es natürlich schon spannend ist und, äh, sehr schön nerdige Runde dann auch. Ja, ansonsten versuche ich irgendwie, was du schon so angedeutet hast mit, ach, jetzt, da wäre Amsterdam gewesen und so. Ich versuche das nicht so ganz an mich ranzulassen, so, weil das mache ich auch sonst nicht, wenn ich irgendwo nicht hin kann. Also, als ich im Dezember nicht nach Amsterdam konnte zu diesem ESC-Spektakel, weil ich halt einfach krank war, versuche ich mir auch nicht einzureden. So, ah, da wäre ich jetzt und das ist jetzt bestimmt cool und so. Ich versuche das so wegzuhalten, so, ja, das wäre jetzt, aber es ist jetzt halt nicht, meine Güte. Also, wenn du schon sagst, hoffentlich dann nächstes Jahr die volle Pulle wieder. Ja, ja. Ja, ähm, deswegen versuche ich darüber jetzt nicht so groß nachzudenken. Aber es ist ja jetzt bei dir in der Arbeit ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe, auch gerade so bei der Bundesliga, ne? Das, äh, das Stichwort so Geisterspiele steht ja auch noch so im Raum. Ähm, ich weiß, ich glaube, die Handballherren haben ja jetzt sozusagen den Schnitt gemacht und, äh, der THW Kiel ist jetzt sozusagen der Meister. Das steht ja noch so bei der Bundesliga so ein bisschen aus, ne? Und, äh, aber da hast du nicht dadurch sozusagen weniger zu tun, ne? Bisher noch nicht. Also, es gibt natürlich so, gerade jetzt geht's auch um diese ganzen Entscheidungen und so. Das musst du ja auch alles mitnehmen, vermelden und so. Dann gibt's die Chance mal so ein bisschen auf, auf ältere Sachen zu gehen, auf Dokus zu gehen oder einfach mal einzelne längere Interviews zu führen. Also, im Moment gehen uns die Themen da noch nicht so wirklich aus. Jetzt muss man halt schauen, weil wahrscheinlich wird das Allermeiste nicht stattfinden über Monate. Also, wirklich, wenn du, du hast den Handball schon angesprochen, aber auch die liegen weiter unten. Also, jetzt geht ja um, äh, Erste Liga, Zweite Liga im Moment, die mit Geisterspielen weitermachen wollen. Aber alles drunter und andere Sportarten und so, da ist es eben nicht so. Und das wird dann halt rausfallen, auch auf längere Sicht. Da müssen wir mal schauen, wie das weiterläuft. Aber im Moment gibt's noch genug zu tun, klar. Ja, und Musik, ähm, Bleistift-Rocker ist es jetzt halt so, bisher sind die meisten geplanten Alben auch rausgekommen. Also, dass man Besprechungen schreiben kann. Dann hast du natürlich diese ganzen Sachen, die abgesagt oder verschoben werden, die du mit Meldungen begleiten kannst. Jetzt ist noch für Mai mein Plan relativ leer, weil jetzt doch, jetzt fangen die Künstler doch an, das so ein bisschen zu verschieben. Dass sie es halt auch besser promoten können und so, dass sie ihre Alben halt jetzt nicht rausbringen, wo sie einfach gar nicht rausgehen dürfen oder so. Und da muss ich mal schauen, wie da der Sommer wird. Gerade auch so ganz ohne Festivals, weil die jetzt alle weg sind. Aber bisher ist da auch noch nicht so viel zu spüren. Das wird sich auch eher auf längere Sicht dann zeigen. Jaja, das ist, ich glaub, die Festival-Saison ist, glaub ich, gelaufen, ne? Das ist irgendwie, glaub ich, alles nicht so ... Das ist auf jeden Fall der Sommer, also bis Ende August ist ja schon mal alles abgesagt. Und dann mal schauen. Also, das Erste, was jetzt noch für mich interessant ist, wirklich noch auf dem Plan steht, ist halt wieder das Reeperbahn-Festival im September. Und da muss man schauen. Also, das ist natürlich auch internationales Treffen. Viele und dann auch noch, also, viele Leute, die sich in vielen kleinen Clubs verteilen. Also, das sehe ich auch noch nicht so richtig, aber das steht halt noch auf dem Plan. Und dann muss man jetzt mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Aber die Sommer-Festivals sind halt durch. Wobei ich da interessanterweise eh nicht so viel geplant hatte, weil die Festivals, auf denen ich so die letzten Jahre war, die sind einfach ... Die haben sich letztes Jahr schon entschieden, dieses Jahr keine Festivals zu machen, um sich so ein bisschen zu konsolidieren. Also, weil die finanziell schon einigermaßen in Schieflage waren. Die haben gesagt, wir setzen jetzt ein Jahr aus und machen es danach halt wieder richtig. Das wird ihnen jetzt erst mal den Arsch gerettet haben. Also, wenn die jetzt was geplant hätten in den finanziell schwierigen, sowieso schon Situationen, hätten was geplant, was sie dann absagen müssen, wären die wahrscheinlich superschnell K.O. gewesen. Deswegen hatte ich gar nicht so viel auf dem Zettel für dieses Jahr, interessanterweise bisher. Ja, dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Der ESC wäre halt das große Ding gewesen, das große, spannende Ding. Ja, wir haben ja tatsächlich auch eine ganze Menge auch geplant eigentlich. Also, wir waren ja, das kann man ja sozusagen noch mal so im Ablauf auch noch mal sehen, wir haben ja eigentlich schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir waren ja schon auch bei der Songpräsentation, wir haben ein paar Interviews auch geführt und wir waren da schon eigentlich in voller Fahrt. Ja, wir haben ja schon mit Videos ein bisschen angefangen und experimentiert. Das hätten wir natürlich auch weitergemacht. Ja, ja, also und das wäre, und du warst ja dann noch in Dänemark beim Vorentscheid, das hätte dann auch noch mal so in unsere Songcheck-Geschichte mit eingezahlt und so weiter. Und ja, und dann war eigentlich jetzt auch erstmal so ein bisschen so ein Umdisponieren. Wir wären jetzt tatsächlich in Amsterdam gewesen, hatte ich gerade erzählt. Es gibt ja so diverse Pre-Partys, die wir, die man so besuchen kann, so in London, in Madrid und so weiter. Ja, und da haben die Spanier haben eigentlich ein ganz gutes Konzept dann entwickelt. Das konnte ja da auch nicht stattfinden, gerade Spanien ist ja auch sehr gebeutelt durch die Corona-Krise. Und dann haben die kurzerhand die Acts, die sozusagen da auch hätten auftreten sollen, dann dazu rumgebeten, ein Video zu machen, wo sie dann entweder nur ihren ESC-Song gesungen haben oder aber eben halt auch noch was anderes. Und da sind 20 Acts dabei herausgekommen. Das war am 11. April 2020, überlege gerade, das war der Samstag. Und das war sehr unterschiedlich, aber das hat einen dann, finde ich, noch mal wieder so auf so eine ganz neue Schiene gebracht und dass man dachte, ach ja, doch, der ESC ist ja doch irgendwie noch lebendig. Und auch wenn das vielleicht der eine oder andere Act nicht so toll war. Du hast es ja auch dir noch mal angeguckt. Was hat dir da besonders gut gefallen, da von diesen Pre-Partys? Ja, die Idee erst mal. Also die anderen Pre-Partys, ich weiß nicht, hat London irgendwas noch gemacht? Ich weiß gar nicht, oder? Ja, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Aber das war ja so, dieses von den drei großen Pre-Partys. Ich hatte mir echt überlegt, sogar alle zu besuchen oder zumindest zwei, deswegen, gut. Aber die haben mir wirklich gesagt, okay, alle Künstler, die jetzt hier bei uns gewesen werden, schickt einfach mal was ein. Und ich glaube, dass sie auch gar nicht so große Vorgaben gemacht haben, weil wirklich sehr viel Unterschiedliches rauskam. Und das fand ich dann spannend. Und gut, es hatte dann auch seine Längen, das weiß gar nicht, war das drei Stunden oder was oder noch länger? Ja. Das hörte ja irgendwann gar nicht mehr auf. Aber, ähm, ja, eine niedliche Idee und auch wirklich was dabei rausgekommen ist. Und man hatte dann schon so den Eindruck, man dachte, okay, das war jetzt, naja, okay, nicht so doll. Und da hat es jemand vielleicht auch nicht so doll Mühe gegeben. Und andere haben sich da irgendwie in ihrem eigenen Wohnzimmer die Seele aus ihrem Leib gesungen. Es war eine niedliche Idee. Also das hat mir gut gefallen. Und da habe ich tatsächlich auch das meiste von gesehen. Und habe so nebenbei noch ein bisschen was anderes gemacht. Und es lief auch, äh, Eurovision again. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist, äh, der offizielle Account macht das, glaube ich, jetzt auch jeden Samstag im Moment. Dass sie, ich glaube, um 21 Uhr, kann das sein, dass sie 20.45 Uhr sagen, äh, der Jahrgang ist es dieses Mal. Und wir hauen den auf YouTube raus und gucken den zusammen unter dem Hashtag Eurovision again. Das war an dem Tag Wien. Deswegen habe ich mir da erst mal die erste Stunde Wien angeguckt. Und habe dann so ein bisschen hin und her geskippt. Ja, das war, ähm, äh, das hatte ich auch gemacht. Weil, äh, diese Pre-Party ging auch erst um 22 Uhr irgendwie los. Ich hatte dann noch, ähm, ich war da auch noch, ähm, denkst du, oh, ist ja irgendwie, da ist ja irgendwie ein Live-Act. Ah, ist ja, äh, Wien hatte ich irgendwie, ich hatte davor noch irgendwas anderes gemacht. Und dann lief noch, äh, Manz Selmerlöw, bis das dann um 22 Uhr da irgendwie halt, ähm, ähm, losliegt. Das hatte ich mir dann nochmal irgendwie angeguckt. Und, ähm, finde nach wie vor, dass das ein guter Auftritt und gute Idee war mit diesen Männchen und so weiter. Und, ähm, ich habe, glaube ich, nachher um, ich glaube, ich habe um 12, glaube ich, ausgemacht. Und das hörte, glaube ich, um 0.30 Uhr hörte das auf. Es, ähm, es schien mir nur so, als wenn das jetzt noch zwei Stunden irgendwie ginge. Und dafür hatte ich da nicht mehr so ganz so den, den Drive dazu. Das habe ich dann... Sanremo-Feeling. Ja, genau. Ich habe dann so das letzte Mal, äh, ich habe das dann, den Rest habe ich nächsten Tag dann, das waren dann auch wirklich nur noch eine halbe Stunde, äh, die da so lief. Und, ähm, ja, es war so ganz unterschiedlich. Also, wenn ich zum Beispiel hier die, ähm, Viktoria aus Bulgarien, das war jetzt mit Sicherheit nicht ihr Wohnzimmer, aber es war dann schon so von, ich weiß nicht, ob das jetzt so vom Management war oder vom Sender oder so. Es war schon sehr, äh, stark gestylt, so mit, mit, äh, mit Kerzenscheinen und, ähm, sie hat das auch irgendwie auch ganz toll gesungen und war auch ganz gut gemischt. Weil manche, ich glaube hier die, ähm, Barai, ähm, aus Spanien, äh, von 2016, die hatte dann auch einfach nur so ihr Notebook irgendwie gestartet mit der, mit der Karaoke-Musik und hat dann dazu gesungen. Und das hatte dann schon, äh, das kam dann nicht so toll rüber, auch wenn sie auch eine gute Stimme hat und so weiter. Aber das, äh, war dann nicht so. Und, ähm, wie war das bei Deutschland mit Ben Dolitsch? Der hat dann so von der weißen Wand, wo du dann irgendwie mir geschrieben hast, ah ja, alte NDR-Schule. Ja, ich fand es da super steril aus, äh, bei allen anderen, es war ja irgendwie witzig, wo auch immer die dann saßen. Und bei einigen hast du halt wirklich gesehen, es ist irgendwie das Wohnzimmer oder das Arbeitszimmer. Und wer steht dann da vor der weißen Wand in seinem viel zu großen Hemd und singt mit sich selber. Es war schon, war witzig. Also, war jetzt aber auch nicht der, der allerscharmanteste Auftritt. Also, das, äh, da finde ich so, dass diese natürliche Wirkung vom eigenen Wohnzimmer soll man da nicht unterschätzen, finde ich. Ja, und, äh, ein bisschen skurril war der Auftritt von Samantha Tina aus Lettland. Super, super. Da kann ich ja sagen, was du mir geschrieben hast oder auch getwittert hast du es auch, glaube ich. Die gelangweilte Zahnarztgattin hüpft durch ihr Wohnzimmer. Genau, genau. Genau so war es ja auch. Aber da fand ich aber auch, die hat das so mit Hingabe gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat sie noch, ja, jetzt mach ich noch Euphoria und dafür mach ich mal das Licht aus und so. Ja, da war, da war wirklich viel, viel Schönes dabei. Die hatte Bock da drauf. Also, ich mag zwar ihren ESC-Song jetzt nicht so doll, aber, äh, das, ähm, das ist mir auch hängen geblieben auf jeden Fall. Ja, weil, äh, sie hatte ja da auch so einen übergroßen, äh, äh, Kerzenständer, der, der stand auf dem Boden. Und sie tanzte. Ich hab die ganze Zeit gedacht, die, die fängt gleich Feuer an. Ja, ja, und sie tanzte da so ganz wild. Und irgendjemand schrieb mir dann auch auf, äh, Twitter dann irgendwie so zurück, ja, ich guck schon die ganze Zeit, ob sie, bis sie den dann irgendwann mal umstößt oder so, ne. Also, es war so, äh, ja, weiß gar nicht. Und, und auch ein bisschen strange war Montaigne aus, aus Australien, die dann bei einem Song, sie hat ja, glaub ich, zwei Songs, glaub ich, gesungen, wo sie dann, ähm, ähm, mit der, mit der Pfeffermühle dann, äh, die Pfeffermühle als Mikrofon genutzt hat. Das hatte mich auch irgendwie so ein bisschen, äh, verwirrt zurückgelassen. Also, das hab ich mir auch gescreenshottet als, äh, ja, Worst of ESC 2020. Also, das und, äh, davor schon, wie Sky Dumont im weißen Kittel irgendwelche Lego-Fiko in den Messbecher schüttet. Das sind so meine zwei, äh, wie, die gruseligsten Momente der ESC-Saison. Ja, das war irgendwie. Weil es war, war witzig mit der Pfeffermühle. Ja, 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 ja. Gut, klar, man muss das auch mit so einem, mit so einem Augenzwinkern. Ja, Frau Riegel, Sie haben die Ironie nicht verstanden. Ja, ja, das ist irgendwie, ähm, aber wie gesagt, es waren auch, äh, teilweise wirklich sehr, sehr gute Sachen. Wie gesagt, die Viktoria hat mir da sehr gut gefallen. Ich überlege gerade, wer war, The Roop war, war auch klasse. Die haben es eigentlich auch dann, die haben es ja in so einem Studio, glaube ich, irgendwie gemacht. Und, ähm, die haben aber, glaube ich, ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf, auch nicht nur und Feuer gesungen. Die hatten, glaube ich, noch irgendwas anderes auch noch gesungen. Oh, die kamen ganz am Ende auch, ne? Ja, 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 die waren so im letzten Drittel waren die dann auch erst. Ähm, er ist dran und, ähm, also das war, ach doch, der, der Schweizer war ja auch klasse, ne? Also, äh, in dem bin ich eh verliebt. Ja, denn der hat, ähm, da auch, auch wieder mal so ein, so ein weiterer Test. Deswegen, äh, macht's auch immer mal so Sinn, ähm, auch so auf solche Pre-Partys zu gehen, weil man dann einfach auch schon mal etwas mehr und live dann miterlebt, äh, ob jemand wirklich gut singen kann. Und das, äh, das kann er wirklich sehr gut. Ach, er hatte auch ganz fantastische Haare, muss ich mal sagen. Ja, also das war so ein bisschen, ja, also es war, ähm, das war wirklich sehenswert. Ach ja, genau, deine Lieblingsgruppe, Goa, ne, aus, aus der Ukraine, Solovey, ähm, die dann so mehr oder weniger so, äh, der, bei irgendjemandem im Jugendzimmer da irgendwie, ähm, den Song dann gesungen haben. Aber wie gesagt, das, äh, mir gefällt der Song ja sehr gut. Im Hobbykeller, also irgendwelche Leute zersägen, die dann Töne machen, wie, naja, die dann im Refrain wieder kehren. Das ist doch der weiße Gesang. Ja, ja, Scheißgesang. Lass mein Gehirn in Ruhe. Nee, aber das war, ähm, das ist wirklich sehr kurz, weil, und wie du schon sagst, es ist immer jetzt, jeden Samstag wird immer irgendwie ein Jahrgang. Letztes, äh, letztes Wochenende war es der Jahrgang 1997, ähm, äh, der, der ESC, bei dem, äh, Katrina and the Waves, äh, für Großbritannien gewonnen haben. Das letzte Mal für Großbritannien. Und, ähm, das war irgendwie, ja, es, es heitert einen, würde ich mal sagen, als Fan wirklich auch auf, äh, wenn es so solche, solche Veranstaltungen, ähm, irgendwie auch gibt. Und, ähm, genauso ist das, ähm, äh, mit dem ORF gewesen, der jetzt, ähm, am 14., 16. und 18. April, ähm, den kleinen Song-Contest veranstaltet haben. Ähm, sie sind sozusagen, ähm, nee, sie haben, glaube ich, nicht jetzt die Semis gemacht, sondern sie haben sozusagen, ähm, alle 41 Songs auf drei Sendungen verteilt. Da muss man schon mal sagen, ähm, das aller Achtung, ähm, sowas dann in der Primetime, ähm, das war Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und am Ende wurde dann ein, ähm, ähm, ja, praktisch der Sieger auserkoren aus diesen drei Sendungen sozusagen. Ähm, sie hatten diverse, ähm, ähm, Leute in der Jury, nämlich, äh, die auch so bei, ähm, bei diversen ESCs schon mal angetreten waren. Dann Waterloo, Simone, Petra Frey, Manuel Ortega, Alf Päuer, Erik, äh, Papi Leier, dann Nadine Beiler, Conchita, Zoe und Cäsar Sampson. Und die sollten dann jeweils als, ähm, als Juroren, ähm, Punkte irgendwie halt rausgeben. Moderiert hat das Ganze, äh, Andi Knoll, der ja für den ORF auch den Kommentar, ähm, beim Eurovision Song-Contest, äh, macht. Und hast du's gesehen? Jein, also ich hab die dritte Sendung gesehen an dem Samstag. Und wie fandst du's? Die ersten beiden hab ich nicht geschafft. Ähm, also Andi Knoll, bester Mann auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht, was er so zwischendrin erzählt hat. Der Rest, ähm, ja, also so, die Jury, da kam ich nicht immer mit, was die so genau von mir wollten. Dann war der Mix auch komisch, also zum Beispiel hatten sie, äh, was waren das, Albanien, da hatten sie, glaub ich, überhaupt die falsche Version eingespielt. Da haben sie diesen, den, äh, Live-Auftritt vom Festival E-Kengis genommen. Und das ist ja inzwischen, das ist ja auf eine englische Version geändert worden. Also, weiß nicht, wer sich das da wie ausgesucht hat, aber, ähm, und ob das bei den anderen Sachen auch so war, dass das durcheinander ging, keine Ahnung. Aber das hat mich dann auch ein bisschen verwundert zurückgelassen. Und natürlich, dass sie in der dritten Show auf die Idee gekommen sind, über Österreich mit abstimmen zu lassen. Und, oh Wunder, Österreich hat die dritte Show gewonnen, ne? Ja, ja, genau. Aber dann auch wieder sehr, sehr österreichisch, dass am Ende, äh, von den, äh, von den ersten drei, also aus jeder Show wurde dann ein Sieger bestimmt. Und darüber durfte man dann nach der dritten Show abstimmen, wer halt der Gesamtsieger wird. Und da hat Österreich dann nicht gewonnen. Da ist Österreich nur Zweiter geworden hinter Island. Das ist das österreichischste, was ich, äh, seit langem gehört habe. Ja, das kann man eigentlich auch bei so einer Sendung nicht machen, ne? Dass man dann für sein eigenes, für sein eigenes Land dann irgendwie halt abstimmt. Und, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Nun weiß man natürlich nicht, das waren ja alles Aufzeichnungen, wann sie das jetzt dann genau gemacht haben. Aber ich finde auch, dass, äh, man dann schon, ähm, sozusagen, es gibt ja, wenn man jetzt bei YouTube, äh, guckt, es gibt ja von jedem Song ein sogenanntes, ein sogenanntes offizielles Video. Und das hätte man tatsächlich jetzt auch einspielen können. Da war ja jetzt, ähm, Albanien war ja auch, ähm, ist ein gutes Beispiel, weil da war es ja noch, äh, praktisch in der, äh, albanischen Version. Und, ähm, es gibt da schon längst sozusagen eine, eine englische Version, die dann eigentlich auch zum ESC 2020 dann zugelassen wäre. Und eigentlich hätte man die dann auch bewerten müssen. Und da waren noch so ein paar, ähm, andere Länder dabei, wo ich auch so dachte, naja, also, äh, zum Beispiel, ich glaube, Frankreich haben sie ja auch noch den, äh, äh, die Version genommen am Eiffelturm. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile eine, wie ich finde, ähm, schon etwas bessere Version von, äh, von Tom Leib. Ähm, und die hätte man dann eigentlich dafür, ähm, äh, einspielen müssen. Ähm, da waren so einige Sachen. Aber wenn natürlich diese Sendung bereits, sagen wir mal, Ende März, Mitte März irgendwie aufgenommen wurde, dann kann man da natürlich auch jetzt nicht mehr, ähm, sozusagen, äh, mit dieser offiziellen Version da irgendwie halt spielen. Aber das fand ich so auch so ein bisschen unglücklich, ähm, und ich fand auch das Urteil der Jury auch mitunter nicht immer gerade besonders treffend. Also, da wurde dann irgendwie auch mitunter eher die Augenbraue einer Sängerin, äh, beurteilt, als jetzt das, was sie da gesungen hat. Also, das war dann schon so ein bisschen, äh, frage. Das würden wir nie machen, nie. Nein, aber es war wirklich dann so teilweise, wo man so, so dachte, naja, gut, also, ähm, also so immer so ein bisschen so unter dem Motto, ach, als ich damals noch für Österreich angetreten bin, da spielte ja die Musik noch eine viel höhere Rolle und so, weißt du, so in diesem Duktus. Und, äh, das hat mir nicht so ganz gut gefallen, aber Andi Knoll hat das dann wirklich auch ganz gut, äh, aufgehoben. Dann gab's am Samstag nochmal so eine Extra, es gab dann Nachrichten, dann konnte man per Televoting da mit abstimmen. Und, äh, dann gab es nochmal so eine Entscheidungssendung, die war dann wohl live, ähm, da hatte er dann, äh, jeweils, äh, Dadi, äh, Vincent Bueno und Destiny aus Malta dann noch per Videokonferenz zugeschaltet. Die hat er dann auch nochmal kurz interviewt. Ja, und dann ist es Gott sei Dank noch, ähm, Dadi geworden aus Island, äh, der ja auch zu den großen Favoriten dieses Jahrgangs irgendwie halt gehört. Ähm, gerechtfertigt in deinen Augen oder hättest du was anderes gesehen? Also, ich kenne ja jetzt die ersten beiden Shows nicht, wie das da abgelaufen ist, äh, wie da, äh, Island und Malta zu den Siegen kamen. Aber, ähm, ja, es ist keine Überraschung. Also, wie du schon sagst, Dadi wäre ja auch in Rotterdam beim Contest ein Riesenfavorit gewesen. Und es hätte schon, um es mal österreichisch zu sagen, es hätte sich schon ausgehen können für ihn am Ende. Ja, genau. Genau. Ja, also, es wäre ein bisschen peinlich geworden, wenn der ORF jetzt, ähm, Österreich dann als Sieger erkoren hätte. Also, ähm, ähm, man kann zu dem Song, äh, von Vincent irgendwie halt stehen, wie man will. Aber, ähm, es hat schon seinen Sinn, dass man beim ESC nicht selber für sein eigenes Land abstimmen kann. Also, klar, wenn man als Tourist irgendwo in einem anderen Land ist und dann für Deutschland abstimmt, ja gut, das kann ja keiner kontrollieren. Aber dass diese Regel, dass es die schon irgendwo so gibt, ähm, das, äh, das finde ich, ist schon gerechtfertigt. Und da hätte man sozusagen sagen müssen, so Österreich machen wir jetzt so ein bisschen unterferner liefen. Ich muss aber insgesamt tatsächlich sagen, auch, also, wie gesagt, Hut ab, dass der ORF da Sendeplatz frei macht. Und, äh, das ging jeweils anderthalb Stunden. Also, äh, das würde die ARD, glaube ich, so schnell nicht machen. An drei Abenden in der Woche und dann auch am Samstag, äh, für so eine Sendung, äh, Sendeplatz frei machen. Muss ich trotzdem sagen, dass das, was die Kollegen auf Eurovision.de da machen, äh, das finde ich, äh, gescheiter und auch teilweise ein bisschen lustiger. Also, die, ähm, die Juries waren auch teilweise sehr, sehr spaßbefreit in ihrer Bewertung und so. Und das hat es manchmal nicht, nicht ganz so lustig gemacht. Also, Andi hat das dann schon so ein bisschen rausgerissen. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass er dann sagte so, ja, also, im letzten Jahr oder in diesem Jahr ist ja Großbritannien, sind per Brexit aus der EU ausgetreten. Aber schon locker seit zehn Jahren sind sie auch schon beim ESC ausgestiegen, so, ähm, wie sie, äh, was sie da so an, an, äh, Songs irgendwie liefern. Das ist ja schon eher Arbeitsverweigerung und, ähm, das, äh, das ist schon, das ist schon ganz, äh, ganz richtig bemerkt. Und das, ähm, ja, wie gesagt, das, äh, war ein guter Versuch. Was ich noch ganz gut fand, ich, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wann das genau war. Äh, Andi Knoll hatte mal auf Ö3, das war, glaube ich, ich glaube, das war noch an dem Freitag gleich nach der Absage des ESC. Von Freitagmorgen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, von 10 Uhr, glaube ich, bis 13 Uhr haben sie auf Ö3, ähm, nur ESC-Songs gespielt. Hatten dann immer, ähm, auch aus Österreich dann ehemalige Teilnehmer am Telefon. Soe, Conchita, auch Cesar und so, die dann auch noch ein bisschen was dann dazu erzählt haben. Und da kam so ein bisschen auch so ein, so ein ESC-Feeling auf und, äh, das fand ich irgendwie auch ganz toll, dass man so ganz spontan eigentlich dann so, ähm, ja, wir wollen, wir lassen uns den ESC jetzt nicht wegnehmen, sondern wir feiern das jetzt halt mit einer dreistündigen Radiosendung und das fand ich auch ganz großartig. Das, ähm, das war wirklich sehr hörenswert, das, äh, das hat wirklich auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, da hab ich auch einen Teil von gehört. Das war sehr schön und das war auch eine schöne Songauswahl, die sie da hatten. Und was ich auch nicht vergesse, was ich auch dir, glaube ich, sofort als Zitat rübergeschickt hab, war, als Conchita gefragt wurde, ja, was, was, wie hättest du dich denn gefühlt, wenn dein Jahrgang, wenn das auf einmal abgesagt worden wäre und, äh, er einfach nur meinte, ja, ihr wer Ars tickt. Ja, genau, stimmt, stimmt. Ja, doch, ähm, gar nicht verstehen, ja, also, das, äh, das war schön. Wie, wie du schon sagst, das ist einfach, äh, das ist einfach so noch mal gefeiert haben auf diversen Kanälen, das hat mir sehr gut gefallen. Und, aber natürlich, du hast, äh, Eurovision.de schon angesprochen, die werden ja auch die, äh, Songchecks machen und hauen ja schon so ein bisschen was da vorab raus. Und, äh, ich glaube, dass es zumindest auf dem Kanal auch bei uns in Deutschland noch mal so, dass, das erfährt, was es auch verdient hat. Ja, genau, also, ähm, ich möchte mich da im Moment nicht spoilern, ich sehe immer schon diese ganzen Trailer, ähm, die gucke ich mir im Moment gar nicht an, weil ich mir, äh, sozusagen die Vorfreude auf, äh, den Songcheck da irgendwie nicht so ganz vermiesen möchte. Ähm, die haben das ja ein bisschen verschoben, es sollte ja eigentlich auch im April schon sein, aber sie haben das jetzt sozusagen auf die, ja, sagen wir mal ESC, äh, Eurovisionswoche da irgendwie verlegt. Nämlich, äh, Freitag den 8., Sonntag den 10., Dienstag den 12. Mai und am Donnerstag den 14. Mai jeweils um 20 Uhr auf Eurovision.de. Da sind unter anderem Thomas Gottschalk, SWR-Moderator Consi, Peter Urban, Jane Camerford von den, äh, von Texas Lightning, die 2006 für Deutschland angetreten ist, Thomas Mohr, André Schünke und, äh, Dr. Eurovision, unser, ähm, Irving Wolter, die werden gemeinsam mit noch weiteren Kollegen dort, ähm, dann auch jeden der 41 Songs auch, äh, kommentieren. Da freuen wir uns schon ganz groß drauf, also, da bin ich mal sehr gespannt. Problem ist, glaube ich, dass sie es aufgenommen haben, bevor die Absage kam. Ja, das stimmt. Das, das klingt noch mal so ein bisschen durch bei den Zitaten, aber ansonsten bin ich auch sehr froh, dass sie es trotzdem senden, weil das auch immer viel Spaß gemacht hat, so die letzten Jahre, diese ganzen Sendungen sich da anzugucken. Ja, weil, ähm, äh, äh, wie du schon sagst, das ist ja mit der, mit der Corona-Krise sozusagen, man ist, man hat ja mit sehr vielen Nebenaspekten jetzt, äh, dieser Geschichte zu tun, aber es gibt ja noch, äh, in den letzten 65 Jahren des Eurovision Song Contests sind ja ganz viele tolle Dinge passiert und wir haben einen, wie ich auch finde, einen sehr tollen Jahrgang mit 2020 und, äh, da sollte man ruhig auch noch mal die Gelegenheit in solchen Formaten auch noch mal nutzen und diese Länder auch noch mal so ein bisschen abfeiern. Ja, das finde ich irgendwie auch, ähm, da ganz wichtig bei der Sache. Also, wie gesagt, lieber ORF, äh, macht es gerne wieder, ähm, vielleicht noch ein bisschen lustiger und, äh, vielleicht nicht so ganz so verkniffen, aber, ähm, ansonsten war das, finde ich, ein sehr, sehr schöner, ähm, Ansatz, äh, das wirklich mal mitten im, in der Primetime, ähm, ähm, bei ORF 1, was übrigens auch ganz gut war, ähm, das können wir uns nämlich, äh, können wir euch die Sendung auch noch in die Shownot setzen, das war auch, äh, Gott sei Dank nicht irgendwie mit Geoblogging, sondern, äh, man konnte sich das wirklich, äh, in dieser ORF Mediathek, ähm, auch außerhalb von Österreich gut angucken, da gab's, äh, keinerlei Probleme, insofern, ähm, konnte man das auch ohne, dass man irgendwie über VPN oder so sich da irgendwie einwählen musste, ähm, kann man das wirklich noch ganz gut ansehen, deswegen setzen wir euch dann auch die drei Sendungen da auch noch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das dann noch mal so im Nachgang irgendwie dann angucken. Ja, dann würde ich sagen, wir, wir gucken einfach mal, ähm, auf, ähm, ja, auf das, was, äh, da in Rotterdam jetzt, äh, passiert oder nicht passiert, also, nochmal für die Leute, die, ähm, die letzten 45 Folgen des ESC Greenrooms nicht, äh, gehört haben, ähm, ähm, Frechheit. Also, der ESC wurde ja abgesagt, der ESC 2020 und im Moment ist der Stand der, dass, äh, die EBU zusammen mit den, äh, drei Veranstaltern NPO, NOS und, äh, Avotros und der Stadt, äh, Rotterdam darüber beraten, wie es jetzt irgendwie halt weitergeht. Ähm, äh, es gibt jetzt, wir nehmen heute am 22. April auf, ähm, am morgigen 23. April stimmt wohl die Stadt Rotterdam nochmal darüber ab, ähm, ob, äh, in 2021 dann das Event auch in Rotterdam stattfinden kann, weil es ist wohl so, dass, ähm, rund, ähm, ich glaube, 6 Millionen, ähm, insgesamt sind, glaube ich, 7 Millionen, ich glaube, es sind so, ich gehe, glaube ich, sogar nur um 6 Millionen, denn, ähm, äh, 7 Millionen sind bereits für den ESC 2020 ausgegeben worden, also für Planungen, da müssen ja auch Leute angestellt werden, die, ähm, äh, daran mitarbeiten und so weiter. Und es ist wohl so, dass, äh, lediglich, glaube ich, 1,5 Millionen hat jetzt wohl eine Versicherung, äh, aufgefangen, ähm, alles andere, die anderen 6 Millionen Euro sind wohl jetzt, äh, verloren und können nicht, ähm, äh, können sozusagen nicht mehr eingesetzt werden für ein ESC in 2021. Und jetzt muss die Stadt Rotterdam sozusagen nochmal 6 oder 7 Millionen, das weiß ich jetzt im Moment gerade nicht genau, muss es nochmal aus, im Haushalt nochmal locker machen, damit sozusagen, ähm, jetzt wieder der Stand ist, wie im letzten Jahr. Und jetzt wird, äh, in Rotterdam, ähm, ähm, der ESC vorbereitet. Es könnte natürlich sein, dass die Stadt Rotterdam aufgrund der Corona-Krise jetzt auch noch andere Projekte hat, wo sie jetzt auch noch Geld reinstecken müssen, müssen ja auch Leute vielleicht bezahlt werden, äh, die jetzt arbeitslos geworden sind oder was weiß der Geier oder die Krankenhäuser müssen, äh, mit, äh, mit Mitteln aufgestockt werden oder so. Dann kann es natürlich, ähm, nicht mehr so ganz vertretbar sein, gegenüber dem Steuerzahler, ähm, da nochmal eben 7 Millionen für so ein Event irgendwie halt auszugeben. Da drücken wir jetzt mal die Daumen, dass das, äh, äh, klappen könnte. Ansonsten, wenn das wohl nicht so ist, würde man dann wohl ab, äh, nach dieser, äh, nach dieser Abstimmung dann schnell rangehen müssen, wer würde denn dann den ESC 2021 dann, ähm, ausrichten. Entweder vielleicht eine andere Stadt in den Niederlanden oder man müsste sogar vielleicht in irgendwo anders im Eurovisionsland irgendwie halt schauen. Da wird es wahrscheinlich hinter den Kulissen schon irgendwelche Besprechungen geben. Ähm, dann, äh, dann, äh, hat sich ja im, ähm, Nachklapp nach unserer Sendung ja noch herausgestellt, also, äh, es bleibt natürlich den Sendern unbenommen, die Künstler weiterhin auch für 2021, ähm, zu benennen. Aber die Songs, die für 2020, ähm, angesetzt sind, dürfen in 2021 nicht mehr antreten. Das hat die Reference Group, ähm, beschlossen. Wollen wir da vielleicht mal gerade dann stehen bleiben? Da haben wir uns, glaube ich, beide noch nicht so darüber ausgetauscht. Findest du die Entscheidung richtig? Naja, ich hatte ja einen Vorschlag gemacht beim letzten Mal, das wäre immer noch meine, meine liebste Idee, dass man es einfach offen lässt, dass man sagt, ihr könnt mit dem Package antreten, was ihr jetzt schon hattet, ihr müsst aber nicht. Es ist immer noch meine bevorzugte Variante, auch wenn sie es jetzt anders gemacht haben. Natürlich, klar, sagen dann, okay, wir gehen jetzt mal nicht von den Regeln weg und muss ein neuer Song, äh, sein. Aber ich mein, grad eh muss man die ein oder andere Regel brechen, das bringt halt die Zeit einfach so mit sich. Da hätte man das jetzt auch mal machen können, finde ich. Aber gut, es ist auf jeden Fall gut, dass sie dann relativ schnell nach der Absage halt in dem Sinne auch Fakten geschaffen haben. Weil jetzt haben ja die Ersten, haben ja schon gesagt, okay, wir treten wieder mit dem gleichen Künstler an und schauen halt, dass wir jetzt da irgendwie wieder ein gescheites Lied oder endlich mal ein gescheites Lied, äh, für diesen Künstler, diesen Act halt irgendwie hinkriegen. Und der Rest überlegt noch oder guckt, ob er einfach wieder seine Vorausscheidung macht, wie immer. Äh, von daher ist es wichtig, dass da eine Entscheidung getroffen wurde. Ich weiß nicht, ob es die allerbeste ist, aber zumindest ist es eine Entscheidung, das finde ich schon mal gut. Bist du da einverstanden oder hättest du es anders gemacht? Ich glaube einfach, dass es zu lange wäre. Also wenn man jetzt sozusagen sagen würde, wir nehmen, also klar, dein Vorschlag ist ja noch so ein Mittelding, dass man sagt, ihr könnt was Neues machen, aber ihr müsst nicht. Aber ich glaube, so einen gewissen Reset zu machen, finde ich eigentlich nicht so ganz verkehrt. Was ich nicht so gut fand war, äh, es stellte sich wohl hinterher raus, dass, äh, die EBU nicht so wirklich mit allen Sendern auch gesprochen hat. Also, ähm, da wurde ja, ähm, auch was diese Entscheidung angeht, letztendlich, äh, hat es ja die Reference Group, das ist so eine Art Lenkungsgremium sozusagen. Das besteht aus so, ich glaube, zehn, zwölf Leuten. Äh, da sind, äh, die Produzenten aus, äh, vergangenen ESCs, äh, dabei. Dann sind das meistens die, auch so Produzenten, äh, so jetzt aus, äh, Rotterdam, aus den Niederlanden wird da wahrscheinlich jemand dabei sein, ähm, und, ähm, noch, noch verschiedene andere Vertreter aus anderen Sendern. Und, äh, ja, und, äh, das ist jetzt sozusagen nicht so ganz so breit wohl, ähm, äh, besprochen worden. Und das, da gab es wohl ziemlich Unmut innerhalb der EBU-Mitgliedschaft. Ähm, das war wohl nicht so, nicht so gut. Aber ich glaube, letztendlich war es dann doch schon eine gute Entscheidung, weil, ähm, die Zeit ist einfach, glaube ich, dann viel zu lange. Und wir werden ja sicherlich im nächsten Jahr, wenn wir dann den Jahrgang dann auch besprechen, dann werden wir bei einigen Künstlern, 13 sind es ja derzeit, die auch in 2021 wieder mit dabei sind. Und da wird man ja natürlich schon gut vergleichen können, na, äh, ist das jetzt irgendwie ein Gewinn gewesen oder nicht? Und das wäre schon so ein bisschen, äh, äh, das ist schon, glaube ich, sonst ist, ich glaube, so, so, so Songs können ja auch manchmal sehr schnell altern. Und dann kann das natürlich so im nächsten Jahr, im Mai, das ist ja noch, äh, mehr als ein Jahr ist das ja noch hin, da kann das natürlich irgendwie auch ein bisschen nach hinten los. Für einige, äh, Künstler ist es sicherlich sehr, sehr schade. Genau das hätte ich spannend gefunden, genau das. Ähm, ähm, altert das, ist das, macht das am Ende was aus, wenn's dann doch viele, die meisten irgendwie doch zum ersten Mal sehen an dem Abend. Das hätte ich ein spannendes Experiment gefunden, das du natürlich sonst auch nie machen kannst. In diesem Jahr kannst du's machen, aber, naja, gut, es ist besser, als wenn sie jetzt alles mitgenommen hätten bis zum nächsten Jahr. Das, das hätte ich nicht gebraucht. Ja, ein bisschen ärgerlich ist es natürlich, äh, tatsächlich für all die, die sozusagen über Vorentscheide entschieden worden sind, ähm, da kann ich mich jetzt im Moment bei keinem erinnern, äh, dass man da sagt, okay, dann bist du nächstes Mal wieder dabei. Ich glaube, Finnland macht es nicht, Schweden macht es nicht, äh, Dänemark ja auch nicht, ne? Ich glaub, sie haben, zum Teil wurde ja angeboten, dass sie einen Platz im Vorentscheide wieder kriegen. Ja. Das war, glaub ich, so das maximale, ja, gut, die wollen halt ihre Vorentscheide auch durchziehen. Selbst in, äh, Dänemark haben ja Ben und Tanja jetzt auch keinen, ich sag mal Wildcard oder so jetzt gekriegt, sondern, äh, die müssen sich jetzt auch, glaub ich, wieder hinten anstellen, ne? Wenn sie es denn wollten, also, ähm, da war das dann, und auch bei den Mamas in, in, äh, Schweden war es halt so, ähm, nee, das machen wir, wir machen wieder Melodiefestivalen, weil es natürlich auch, äh, zu einer enormen Einschaltquote ja auch führt, ähm, da können sie nicht einfach so drauf verzichten. Äh, hier in Deutschland ist es, ähm, so nach meiner Recherche, ähm, noch nicht raus, ob Ben wieder dabei ist. Nee, ich find's schade, dass der NDR da so rumdeutscht, dass sie wieder sagen, ja, wir müssen mal schauen, mit, was wir da für fünf Konzepte haben und wie wir das, ja, Mann, lass doch den Armen, lass doch den Jungen das jetzt einfach nächstes Jahr nochmal machen. Meine Güte, ey, das, da nicht, will ich nicht wieder was von Konzepten hören oder so, das ist, kam doch jetzt schon ganz gut an, was er da gemacht hat und man wird das ja wohl hinkriegen, dem nochmal ein gescheites Lied irgendwie zu schreiben. Ähm, also, das tut mir so leid für ihn, dass sie nicht einfach sagen, ja, klar, machst du das, machst du das nächstes Jahr wieder und dann stellen wir dir was, wieder was Gescheites auf die Beine. Ich weiß nicht, warum sie, warum sie noch warten, keine Ahnung. Diese klare Aussage, die fehlt mir auch. Also, das hätte eigentlich, klar, also, sagen wir mal, am 18. März ist das bekannt gegeben worden, dass man da vielleicht nochmal eine Woche drüber schläft und wahrscheinlich muss man, muss man da auch, vielleicht muss man sein Management noch irgendwie fragen, keine Ahnung, aber ich meine, es sind jetzt irgendwie fünf Wochen her, da hätte es jetzt eigentlich schon längst mal eine Entscheidung geben müssen. Also, ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an ihm, weiß man nicht, dass er sich da irgendwie auch zehrt, kann ich, kann ich mir eigentlich nicht so sehr vorstellen, denn mir geht. Ja, er hatte neulich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er hatte mal bei Insta Live ein bisschen was gemacht und hat dann, äh, Johns Tears dazu geschaltet, den, den Schweizer, den wir eben schon erwähnt haben. Und da hat er eben gesagt so, ja, hier, hab gehört, du trittst nächstes Jahr wieder an, Glückwunsch, Mann, und so, und dann, ja, bei dir weiß man es ja noch nicht, nee, weiß man noch nicht, leider, und so. Also, da klang ja jetzt nicht so, als würde es an ihm scheitern, keineswegs, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ja, glaube ich auch nicht. Nee, nee, das, äh, und ich finde, bei Ben würde sich dann nächstes Jahr tatsächlich mal auch, äh, auch so eine Sendung anbieten, wo man dann sagt irgendwie, okay, drei oder fünf, äh, Songs, äh, äh, ähm, führt er dann auf und das Publikum entscheidet, mit welchem Song er dann zum ESC geht, das würde sich ja auch anbieten, aber, ähm, ja, zumindest schon mal so ein, so ein, so eine Verlautbarung irgendwie was, äh, was machen, weil, äh, auch da hätte man jetzt natürlich, ähm, auch irre viel Zeit, um da wirklich was Geiles irgendwie noch wieder, ähm, zu machen, also, den, äh, den Song, äh, Violent Thing, ähm, äh, finde ich nicht schlecht, aber vielleicht kann man noch irgendwie einen draufsetzen, und, äh, ich glaube, dann, da, da käme schon was Gutes dabei rum, also, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schade, ähm, ich kann mal eben kurz, ähm, ich habe das ja bei uns auf der Seite aufgeführt, Moment, 2021, können ja eben mal sagen, also, äh, die Samira aus Aserbaidschan ist wieder dabei, auch Montaigne hat man sich jetzt, äh, auch committed, dass sie wieder dabei sind, obwohl ja Australien einen Vorentscheid hatte, wird man da wohl, ähm, ähm, äh, tatsächlich an ihr festhalten, das ist aber auch, glaube ich, erst seit zehn Tagen oder so, glaube ich, bekannt, äh, Hoover Phonic aus, äh, Belgien ist wieder dabei, ähm, da würde ich mal sagen, ist es ganz gut, dass sie sich einen neuen Song irgendwie, ähm, suchen müssen, äh, ja, da hoffe ich auch auf was Besseres, das war okay, aber der wäre, glaube ich, untergegangen, und, aber, äh, da sehe ich auch Potenzial, doch. Dann, äh, die Viktoria aus Bulgarien ist dabei, der Tonike aus, äh, Georgien, Stefania aus Griechenland, die Eden aus Israel, Django McCoy ist auch wieder dabei für die Niederlande, Vincent Bueno, der, ähm, komponiert wohl gerade auch schon kräftig an einem Song, die Roxanne aus, äh, Rumänien ist dabei, John Tears, Blascanto aus Spanien und Goa aus der Ukraine sind wieder dabei. Hurra! Im Moment, da freut sich besonders Sonja darüber. Vielleicht ja mal, vielleicht ja mal mit, vielleicht ja mal mit schwarzem Gesang, wie das? Wie soll der denn sein? Gibt's das? Ich hab keine Ahnung, gibt's das? Ja, weiß ich nicht, kann man, äh, müssen wir mal, müssen wir mal rausfinden, schwarzer Gesang. Wenn ich, äh, wenn ich, äh, denke ich mir das jetzt aus, schwarzer Gesang, es kann nur besser sein als der weiße Gesang. Dieses Kettensägenkram da, ey. Ja, ja, das, also, äh, dieses Feld stand jetzt auch, ähm, relativ frühzeitig dann auch festgestellt. Mehr hat man im Moment, äh, hört man auch, äh, nicht davon. Im Moment müssen sich auch alle Sender so ein bisschen, glaube ich, noch sammeln. Und muss man mal gucken, was da so Sache ist, um das Thema nochmal, äh, ESC 2020 oder 2021 nochmal abzurunden. Dann wurde noch eine Äußerung darüber getätigt. Es gab ja, es sollten eigentlich drei Ticketwellen irgendwie stattfinden. Zwei, äh, haben dann stattgefunden. Also haben diverse Leute natürlich auch schon Tickets irgendwie, äh, geklickt und auch schon bezahlt. Da soll es dann demnächst auch, ähm, eine Info geben. Wahrscheinlich kann man es sogar auf den nächsten ESC dann übertragen. Da soll es dann wohl, äh, rechtzeitig dann bald eine Rückmeldung dazu irgendwie halt geben. Ähm, also das ist sozusagen so der, der, ähm, einmal so dieses Update, wie sieht es eigentlich mit Rotterdam aus. Und dann hat es ja wesentlich, ähm, relativ schnell dann auch eigentlich schon bald eine Aussage darüber gegeben, Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem 16. Mai? Da hat jetzt die, äh, EBU eine, ähm, äh, Alternativveranstaltung, ähm, äh, konzipiert. Und zwar soll dann am 16. Mai ganz normal um 16, äh, um 16 Uhr, um 21 Uhr, ähm, eine Sendung geben. Europe Shine a Light, heißt sie. Und die sollen dann eben mit den, äh, drei Sendern NPO, NOS und Avotros, ähm, gemacht werden. Ähm, natürlich, ja, nicht jetzt eine Riesenshow in einer Halle, wie wir das da sonst kennen, weil Corona, äh, verbietet ja immer noch große Veranstaltungen. Aber es soll sozusagen jetzt eine, äh, Sendung geben, an der sogar 46 Sender beteiligt sind. Also auch Länder, die, ähm, äh, nicht sozusagen am ESC beteiligt sind. Und da sollen eigentlich wohl auch die, die Lieder, äh, des ESC 2020 nur angespielt werden. Da soll wohl irgendwas, äh, Besonderes da passieren. Ich habe noch irgendwas gelesen, äh, dass es wohl wahrscheinlich, wie auch wieder so eine Art Videokonferenz, wo sozusagen alle Teilnehmer, ähm, den, den Song von Katrina and the Waves, äh, singen, äh, Love Shine a Light. Ähm, und das soll dann wohl an, sie haben es genannt, an ikonischen Orten Europas. Also ich weiß nicht, ob Ben Dolitsch dann irgendwie vor dem Brandenburger Tor singt. Und Tom Lieb vielleicht auch wieder, äh, vor dem Eiffelturm. Und, äh, so richtig ganz genau weiß man das jetzt noch nicht. Und, ähm, ja, und dann hat es schon so einen kleinen Beef gegeben, nämlich hier in Deutschland. Stefan Raab macht auch noch, ähm, was Alternatives, nämlich den Free European Song Contest, ähm, soll moderiert werden von Conchita und, äh, Steven Gäthien. Und da sollen sozusagen Musiker, ähm, die zwar in Deutschland wohnen, aber, äh, sozusagen aus anderen Ländern kommen, die sollen dann praktisch gegeneinander antreten. Also da hat sich gestern Conchita Wurst, die in, in der Jury von The Masked Singer, äh, gesessen hat. Gestern wurde ja das Chamäleon, äh, enttarnt. Das war ja Didi Haller vorn, was man ja aber auch schon seit Wochen irgendwie auch rausgehört hat, dass er das war. Und da hatte Conchita das schon, äh, deutlich gemacht, weil man vermutet, dass, äh, das Faultier soll, äh, angeblich Stefan Raab sein. Und, ähm, da sagte dann Conchita in diesem Zusammenhang so, ja, und ich bereite ja gerade mit Stefan Raab da diese Sendung vor und hatte das dann beschrieben. Und, ähm, ja, das, ähm, das ist sozusagen das Gegenprogramm. Ursprünglich hatte wohl, äh, Thomas Schreiber von der ARD zusammen im Namen von, äh, Stefan Raab ein Konzept bei der EBU eingereicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, was, äh, Stefan Raab jetzt realisieren will. Und, äh, das ist ja dann leider abgelehnt worden. Und, äh, man hatte sich jetzt von Seiten der ARD, ähm, dazu geäußert, man würde jetzt trotzdem auch diese EBU-Veranstaltung unterstützen, weil man als großer Sender im Verbund der EBU nicht einfach sagen kann, da nehmen wir jetzt nicht dran teil. Es gibt dann noch so einen Flickenteppich aus verschiedenen anderen Sendern, die jetzt auch irgendwas extra machen. Ähm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, das irgendwie alles so naheinander auszutragen. Bleiben wir mal so in Deutschland. Wie hast du denn das jetzt so empfunden, so dieses, ähm, rivalisierende Gegeneinander, ähm, ähm, dass jetzt ProSieben und die ARD jetzt am 16. Mai so, sozusagen zwei solche Sendungen eigentlich gegeneinander fahren? Ja, ich find's super nervig. Also, bei mir klingeln sowieso erst mal alle Alarmglocken, wenn jemand so was wie European Song Contest sagt. Das sind meistens Idioten, völlig fachfremd und, äh, mit denen man gar nicht weiterreden sollte. Stefan Raab wird sich das jetzt genommen haben, weil's natürlich einfach der nicht geschützte Titel ist. Gehen wir mal stark davon aus. Ach, ich, also, ich weiß nicht, warum er das macht. Es ist ja schön, wenn die zusammensitzen und Konzepte erarbeiten. Das hat mich auch so ein bisschen verwundert. Also, das, das ist so, ja, ja, Schreiber und Raab sind da im Austausch und haben da zusammen was entwickelt. So, ach, guck, ja. Dachte, die Zeit sei irgendwie zehn Jahre her. Aber das ist ja erst mal nix Schlechtes. Aber dass Raab dann sagt so, ja, dann mach, mach ich das halt. Und in Konkurrenz zu nicht nur ARD, sondern einfach diesem ganzen Programm und diesem ganzen Alternativprogramm für die komplette ESC-Community, ja, das find ich super daneben. Und es ist auch unschön, dass Conchita da mitmacht. Und natürlich wird irgendwie, wenn du sagst, dass er sowieso ja irgendwie da mitmacht bei diesem Mask-Singer, das hat sich mir noch nicht erschlossen, warum ich das gucken sollte. Ich find das Konzept total lahm irgendwie, auch wenn das irgendwie so ein Hype ist. Aber hängt ja da scheinbar dann vertraglich auch drin mit ProSieben und diesen Privaten da halt. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie geil das die EBU dann findet, dass Conchita da bei der Konkurrenz abhängt oder wie überhaupt die EBU das sieht, dass es da Konkurrenz gibt, ob sie es überhaupt als Konkurrenz sehen, keine Ahnung. Aber ich mein, wenn Raab sagt, der macht das irgendwie an einem Halbfinalabend oder so, sonst nichts Offizielles läuft, dann können wir nochmal drüber reden. Dann ist das natürlich, bei Raab ist es ja ähnlich wie bei Siegel, man sagt das immer so abschätzig, so, naja, was willst du? Aber da steckt natürlich auch trotzdem eine Liebe für diesen Wettbewerb eigentlich dahinter. Und das finde ich aber, indem man das jetzt so macht, wie er es macht, finde ich es wieder genau gegenteilig. Und deswegen gefällt mir das gar nicht, diese Idee. Ja, ich bin mir da selber gar nicht so sicher, ob Stefan Raab da wirklich so eine große Liebe irgendwie auch zu diesem Songcontest irgendwie halt entwickelt hat. Naja, er war ja oft genug dabei oder irgendwie im Vordergrund, im Hintergrund als Moderator und so hat sich ja schon engagiert und hat natürlich auch mitgeholfen, das Ding in Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen, ganz klar. Ja, ja, gut, aber er hat natürlich auch so viele seiner eigenen Interessen damit ja auch irgendwie. Ja, logisch, klar. Und das war ja so, das ging ja, das ploppte ja so an einem Tag irgendwie, ploppte das Hori Muskel. Ach ja, am 31.03. kam das ja auf, dieses Thema. Und irgendwie kann ich mich daran erinnern, ich glaube, das Raab-Konzept war, glaube ich, als erstes draußen. So, da war jetzt dann auch schon wieder so ein kleiner Wettbewerb, wer gibt sozusagen die Pressemeldung als erstes irgendwie halt raus, um sozusagen die Oberhand da drauf zu haben, ja, wir machen ja auch irgendwie halt was. Und wie du schon sagst, auch wenn schon einer so im Zusammenhang mit dem ESC European irgendwie sagt, da drehen sich bei mir ja auch die Fußnägel hoch. Aber es ist halt tatsächlich auch durch diese, durch diese, durch diesen Markennamen auch nicht anders machbar. Aber ich weiß nicht, ob man dann nicht vielleicht hätte lieber auch einen anderen Namen dafür irgendwie nehmen können. Es gibt ja so die Aussage, dass die EBU leider da kein Abstimmungskonzept irgendwie machen kann, weil es da wohl auch irgendwelche versicherungstechnischen Gründe irgendwie hat. Und insofern wird es dann eigentlich nur eine Präsentation der Songs irgendwie halt sein, was das Ganze natürlich auch so. Aber trotzdem, ich glaube, im Nachhinein jetzt, wenn man da so ein bisschen länger drauf schaut, glaube ich nicht, dass sich ProSieben und auch Stefan Raab sich da ein Gefallen mittun. Also es ist alles nicht so ganz, auch im Rahmen dieser EBU-Veranstaltung soll es wohl auch so gewesen sein, dass da auch die Sender gar nicht so wahnsinnig viel Einflussnahme hatten, um da jetzt irgendwas auch zu sagen, wie sie es denn gerne hätten. Es gab ja auch noch so vereinzelt Länder wie zum Beispiel San Marino, die auf Biegen und Brechen da jetzt noch irgendwie eine Verschiebung in den September irgendwie durchsetzen wollten. Warum auch immer, Spoiler, ihr werdet nicht ins Finale gekommen. Ja, genau. Ich mag San Marino sehr, aber damit hätten die keinen Blumentop gewonnen. Ja, ja, und die wollten da zusammen mit der Reihe, wollten sie da wohl irgendwie halt das noch so vorantreiben. Das war natürlich auch so aufgrund der Gesundheitsvorsorge und so weiter gar nicht zu machen. Es gab aber auch ein Interview auch mit Thomas Schreiber, der auch sehr scharfe Kritik auch geübt hat an diese Vorgehensweise. Und er hat dann irgendwie auch noch gesagt, ja, es wäre natürlich dann ganz gut gewesen, wenn man da noch ein bisschen stärker darauf eingegangen wäre, was die Sender da gewollt hatten. Aber die ARD wollte sich dem natürlich auch jetzt nicht so ganz verschließen. Und gestern, wie gesagt, bei The Masked Singer war, das sind ja immer so drei Jurymitglieder und immer der dritte wird halt immer jedes Mal neu eingeladen. Und da war Conchita dieses Mal halt auch. Und da es ja im Moment noch so in der Schwebe ist, ja, dass in dem Faultier steckt wahrscheinlich Stefan Raab. Also es spricht einiges dafür, dass er das vielleicht sogar sein könnte tatsächlich. Aber man weiß es auch nicht so ganz genau. Und dass man versucht natürlich schon über so ein Konzept dann auch sozusagen diese Sendung auch schon so ein bisschen unterschwellig hineinzutragen. Denn ich glaube schon, dass die Zuschauer des ESC schon einigermaßen Schnittmenge auch zu The Masked Singer haben. Ich glaube, es gab ja hier letztes Mal wurde Caroline Beil praktisch enttarnt. Und die hat dann von Duncan Lawrence da noch was zum Besten gegeben. Diesen Arcade-Song hat sie da gesungen. Und also da werden dann auch ESC-Songs dann irgendwie auch eingespielt. Und insofern da versucht man da wohl so ein bisschen schon die Zuschauer dann auf ProSieben zu packen. Es soll ja sowas wie eine Art, das soll glaube ich sogar heißen, Countdown nicht von der Reeperbahn. Also es soll dann am 16.05. auch sowas zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr, soll es da wohl auch so eine Vorsendung wieder geben. Und es kann natürlich sein, wenn bei ProSieben um 20.15 Uhr dann natürlich sozusagen die Show schon beginnt und die von der EBU erst um 21 Uhr, dann können natürlich auch noch eine ganze Reihe von Leuten bei ProSieben auch hängen bleiben. Vielleicht gerade so das jüngere Publikum. Und das kann natürlich dann dem ESC so ein bisschen als abspenstig machen. Aber ich glaube, es ist auch genauso unsinnig, wenn man jetzt bei irgendeinem WM-Fußballspiel, was um 20.15 Uhr am Samstag irgendwie stattfindet, da sowas wie Wetten, dass oder so dagegen setzen würde. Ich glaube, das wäre genauso unsinnig. Und ich glaube, dass auch selbst diese Ausweichsendung schon bei vielen Fans einfach auch jetzt auf dem Programm steht. Und warum sollte man dazu ProSieben irgendwie wechseln? Also ich werde es mir sicherlich auf Join oder so, werde ich es mir sicherlich im Nachklub auch nochmal angucken. Aber ich glaube, live werde ich mir, glaube ich, die EBU-Sendung antun, glaube ich. Also weil mich das einfach auch interessieren würde, was sie jetzt sozusagen als Abschluss dieser Saison sozusagen jetzt nochmal auf die Beine stellen. Keine Frage. Also na klar, eine EBU-Sendung, der Rest kann mich mal. Ja, da werden wir uns dann auch nochmal zur rechten Zeit damit irgendwie beschäftigen. Also man weiß noch, dass die Sendung von der EBU ungefähr zwei Stunden gehen soll. Soll wohl auch von Edselia Rumbly, Chantal Jansen und Jan Smith moderiert werden, die ja auch schon als Hosts für den ESC 2020 vorgesehen waren. Wir werden mal gucken, ob sie es nächstes Jahr auch noch machen. Und haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war es dann erstmal so dazu. Auch von der ProSieben-Sendung weiß man ja letztendlich auch noch nicht so wahnsinnig viel. Also da muss man dann mal abwarten, was da ist. Also wir halten uns, glaube ich, an die EBU-Sendung und dann gucken wir mal, wie sich das anschaut. Ja, dann habe ich noch was ganz Interessantes gefunden für all diejenigen, die sozusagen den ESC 2020 auch noch ein bisschen auch feiern wollen, vorglühen wollen und so weiter. Es gibt ein Online-Angebot, das nennt sich Eurostream 2020. Die Seite heißt auch so www.eurostream2020.com. Diverse Podcasts, Blogs und ESC-Medien haben sich daran beteiligt. Und zwar soll eine Woche vor der sogenannten Eurovisionswoche, am 5., 7. und 9. Mai, soll sozusagen der ESC ausgetragen werden. Das erste und zweite Semifinale ist ja noch ausgelost worden. Wer in der ersten, wer in der zweiten Hälfte. Und die Organisatoren haben bereits schon, ich glaube, vorgestern schon mal das erste Semifinale auch durchgelost, sozusagen, in welcher Reihenfolge das stattfinden soll. Und die spielen das wirklich dann durch vom ersten, zweiten Semifinale. Und daraus resultiert dann ein Finale inklusive der Big Five. Und man soll sich selber als Zuschauer auch an einem Online-Voting beteiligen können. Und ich bin mal gespannt, ob sie das technisch wirklich dann auch so auf die Beine stellen. Wir setzen euch da auch noch mal die Website noch mal in die Shownotes. Und dann werden wir mal gucken. Ich glaube, das ist noch mal so ein bisschen zum Vorglühen, ist das, glaube ich, noch mal eine ganz gute Sache. Hast du davon schon gehört? Tatsächlich noch gar nicht. Also, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, nette Idee. So langsam verliere ich den Überblick. Was ist jetzt alles so anstattdessen? Und vielleicht und hier und auf der Plattform. Mal schauen, ob ich mir das dann reinziehe oder nicht. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, was ich zu der Zeit zu arbeiten habe oder eben nicht. Aber ja, ist ja nett, dass irgendwie auf allen Kanälen versucht wird, so ein bisschen so den Schmerz zu lindern über diese Absage eben. Ja, genau. Ich habe gesagt, dass sie das auch tatsächlich nur dieses Jahr einmal machen wollen. Sozusagen als Ersatz für diese, für den ausgefallenen ESC. Sie wollen das also nicht dauerhaft machen, sondern sie wollen so ein bisschen den Fans so einen kleinen Ersatz bieten, dass man nochmal so ein bisschen abfeiern kann. Sie haben es extra eine Woche vorher gemacht, weil eben in der Eurovisionswoche bis zum 16. Mai auch viele Länder auch eigene Dinge tun und da würden sich dann wahrscheinlich dann selber so ein bisschen Konkurrenz machen. Ja, ja, wir stehen ja auch noch aus, ne? Also wir müssen ja auch noch mal irgendwie, wir müssen ja auch noch die Songs ausgiebig besprechen. Und das müssen wir übrigens nochmal, ja, das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren. Wir haben das schon so ein bisschen, wir haben das schon so ein bisschen angeteasert, so per WhatsApp, was wir denn so machen wollen. Also wir haben jetzt irgendwie, wir werden am, wir halten am Konzept We Decide fest. Also sprich, wir werden uns auch nicht allen Songs beschäftigen, sondern wir machen sozusagen zwei Sendungen, sozusagen wer würde aus dem ersten Semifinale weiterkommen ins Finale und wer im zweiten Semifinale. Und wir behandeln dann jeweils die jeweiligen Big Five Teilnehmer, die dann in dem jeweiligen Semifinale hätten mitstimmen dürfen. Und da haben wir noch so überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich so mit den Songs, die unten runterfallen? Und jetzt haben wir eigentlich so entschieden, dass jeder von uns beiden ein Semifinale sozusagen betreut. Und dann kann der jeweils andere ja dann rummekeln, so, wieso hast du den Song denn ja jetzt mit dabei und warum den und so weiter? Das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Du hast dich gleich gemeldet für das erste Semifinale, ne? Ja, damit ich den grauen Gesang aussieben kann. Oh, jetzt ist er schon grau. Ja, vielleicht können wir ja nochmal so irgendwie ... Ja, keine Ahnung, wir mussten ja an irgendeinem Anhaltspunkt, mussten wir ja sagen, wer macht welches Semifinale. Und du hast gesagt, such dir eins aus. Da habe ich gesagt, an welchem kann ich die Ukraine rauskicken? Und dann war das klar. Ja, also, ich hatte ja auch die Idee, dass wir einfach unsere Konflikte über Songs wie eben den ukrainischen einfach mit offenem Mikro austragen. Da hattest du ein bisschen Sorge davor. Wahrscheinlich, dass wir uns dann so endlos verkrachen, dass das hier unsere letzte gemeinsame Greenroom-Saison ist. Habe ich eigentlich Vertrag für nächste Saison schon? Ich glaube, ich habe nur für diese, ne? Ja, ich bin mit deinem Management noch im Gespräch. Das ist dann so wie bei Manuel Neuer, wo dann schon so irgendwelche Vertragsdinge schon so durchsickern in der Öffentlichkeit und so. Ja, jetzt wird die Bild-Zeitung brennend interessieren. Nein, daran ... Meine Idee ist ja immer so dabei, das lieber so ein bisschen kurz und knackig zu halten. Aber ich glaube, dass das ganz gut wäre, wenn wir das so machen. Dann kann immer derjenige, der sozusagen dann das andere Semifinale, der kann das dann immer, der kann dann noch reingrätschen und sagen, ja, ich hätte aber eher den Song und so weiter, dass wir das tatsächlich so ... Ja, ein bisschen Streit kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, erstens mal finde ich es ganz interessant, weil wir das ja noch nicht gemacht haben, weil du ja jetzt erst die erste Saison dabei bist. Und da bin ich ... Also bei einigen Sachen kann ich es mir schon denken. Da wird es irgendwie, glaube ich, einen Dissens geben. Bei anderen glaube ich nicht. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Letztendlich geht es ja auch immer um Geschmack. Jeder hat ja auch einen gewissen Geschmack, eine gewisse Vorgehensweise. Und wenn wir dann einfach mal gucken, also ich würde nur tatsächlich, um nochmal auf die Kritik, auf meine Kritik an den URF irgendwie, da würde ich tatsächlich dann sagen, dass wir uns dann immer das offizielle Video, also die letzte Fassung sozusagen vornehmen, um es dann irgendwie zu beurteilen. Weil dann kann man immer noch sagen, Mensch, das war aber vorher noch besser und anders und so weiter. Wir haben ja leider nicht so wie die Kollegen aus Österreich vom Merci Chérie Podcast die Möglichkeit, die Musik irgendwie einzuspielen. Wir werden es aber ganz ausführlich dann in den Shownotes nochmal diese ganzen Versionen auch nochmal aufführen. Dann könnt ihr euch das dann entweder vorher anhören oder ihr stoppt dann jeweils. Wenn wir das dann besprechen, hört euch das erstmal an und dann hört ihr uns unseren Kommentar an. Das könnt ihr ja selber dann entscheiden. Einige von euch sind ja auch schon so gut aufgestellt, dass sie die Songs so schon auf Anhieb kennen. Also ich habe jetzt so die letzten 14 Tage, würde ich mal sagen, schon ein bisschen intensiver auch gehört, die Songs. Und da kann man jetzt tatsächlich auch schon so ein bisschen so ein gutes, kann man ein gutes Urteil sich darüber bilden. Ja, dann machen wir das einfach so. Du bist dann also für das erste Semifinale zuständig und ich werde mich dann um das zweite Semifinale kümmern. Und das machen wir dann in den nächsten beiden Folgen, wenn wir uns dann eindeutig dann mit diesen Songs irgendwie beschäftigen. Ja, sehr schön. Das freut mich. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, das wird, ich glaube, es wird großartig. Und es wird auch großartig und irgendwann schaffen wir es auch nochmal beide zum ESC. Spätestens nächstes Jahr. Ja, Vorsicht, langsam, 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 langsam. Also das, ja, wie gesagt, das ist nicht zu ändern. Das ist eben halt Corona und wir machen da irgendwie da noch das Beste draus. Ja, ich habe noch einen Punkt, den fand ich irgendwie ganz, ganz charmant. Und ich glaube, auf der Instagram-Seite von Christa Siegfrieds hatte ich diesen Tipp bekommen. Und zwar Eurovision Diaries. Das finnische Fernsehen hat eine einstündige Dokumentation gemacht über die Fans des Eurovision Song Contests. Und hat diese Fans während der Saison 2019 begleitet. Das Gute ist, man kann sich dort den englischen Untertitel einblenden. Also es reden nicht alle Finnisch, aber es reden auch nicht alle Deutsch, äh, nicht alle Englisch. Ähm, einige reden, also es sind unterschiedliche Fans aus Mexiko, aus, ähm, ich glaube, Philippinen, aber dann eben halt auch aus, äh, aus Europa. Ähm, und die bekommen wirklich, ähm, ein ganz, äh, ja, also es ist nicht viel, ähm, im Off gesprochen. Also man sieht immer ab und zu, redet dann Christa Siegfrieds dann mal so zwischendurch da mal was, äh, kommentierendes dazu. Aber ansonsten ist es wirklich eine, eine schöne Doku, wo so ein bisschen mal so die, ähm, man kann sehr gut in diese Fanwelt, äh, mal so, äh, hineinsteigen. So die Fans, die wirklich dann auch so, ähm, das ganze Jahr über darauf sparen und, äh, dann eben zu jedem ESC hinfahren und die wirklich auch eine sehr, sehr, äh, ordentliche Leidenschaft irgendwie halt hat. Das setze ich euch dann mal in die Shownotes. Eurovision Diaries. Keine Ahnung, ich glaube aber, das wird, äh, langfristig auch, äh, noch zu sehen sein. Und, äh, wie gesagt, müsst ihr mal gucken, da kann man dann so, ähm, äh, Untertitel kann man einblenden und dann kriegt man dann sozusagen da so die, äh, den englischen Untertitel kriegt man da mit rein. Kann man also auch, äh, als jemand, der jetzt nicht Finne spricht, äh, kann man das, äh, wirklich ganz toll irgendwie, äh, nachvollziehen. Geht auch 58 Minuten, also ist jetzt auch nicht so eine superlange, ähm, äh, äh, Geschichte. Also, ähm, das lohnt sich, ähm, sich mal anzugucken. Das macht Spaß. Vielleicht kann man ja danach finish, wenn man sich's reingezogen hat. Ja, es ist nicht so wahnsinnig viel. Es ist schon alles hauptsächlich in Englisch, aber es sind eben halt so auch russische, äh, Fans, die dann auch auf Russisch sprechen und so weiter. Und, äh, das kann man dann, äh, das, das kann man ganz gut und man sieht da eben halt dann auch so, äh, wenn die, als die dann da in, in Tel Aviv sind und so, äh, da kann ich dann auch so ein bisschen noch in Erinnerung schwelgen und so. Also es ist wirklich, äh, ganz, ganz toll. Und auch die Aufnahmen dann auch so aus der Halle von den Übertragungen sind nicht diese Fernsehbilder, sondern wirklich aus der Perspektive der Fans so, ähm, dann auch aufgenommen. Also es ist wirklich, ähm, das gibt wirklich so ein, äh, so eine, so eine Stimmung sehr gut, äh, wieder. Also es kann ich wirklich. Doch wie der Karstadt-Rolltreppe. Ja, so ungefähr, genau. Aber es ist, äh, macht wirklich dann da auch Spaß. Da ist dann auch der, der, äh, Präsident des, äh, OGAE Finnland. Äh, von da ist ja sozusagen der Ursprung für diese, für die OGAE. Äh, da wurde ja der erste, äh, ESC-Fanclub ja auch gegründet. Und, ähm, da sieht man dann auch, wie der, äh, äh, wie der da so praktisch am Notebook da sitzt. Das war dann die Zeit, als es da die, die Tickets gab. Und er dann nur so sagte, oh Gott, das ist alles so teuer. Und das ist irgendwie, weil die Karten ja so schweineteuer dann in Tel Aviv waren. Jetzt in Rotterdam waren, waren sie ja ähnlich. Und, ähm, das, das macht wirklich schon, das macht wirklich schon ganz, ganz doll Spaß da. Also kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ja, haben wir noch was? Das war jetzt aber eh schon einiges dafür, dass es keinen Wettbewerb geben wird. Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Das ist allerdings wahr. Ja, ich kann eigentlich nur noch so, äh, Kommentare, ähm, vorlesen. Die haben wir dann auch. Hau raus. Auch die letzten Male, ähm, in eigener Sache, äh, kann ich euch tatsächlich nochmal das Interview mit Sonja und Tim Frühling nochmal, ähm, ans Herz legen. Das ist auch tatsächlich, äh, mehr oder weniger zeitlos. Das, äh, habt ihr beide ja auch, ähm, noch vor der Absage, äh, ohne dass man da wusste, dass da irgendwas abgesagt wurde. Und Rico hat dazu auch nochmal was dazu geschrieben. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich mochte damals sein, also Tim Frühlings Kommentar beim ESC und fand daher seine Geschichten und Infos auch sehr interessant und auch, dass er offen und ehrlich seine Meinung zum aktuellen Vorentscheid kundgetan hat. Also, ähm, er hat auch wirklich sehr witzige Geschichten erzählt, also das lohnt sich auch wirklich. Also Folge 43, Interview mit Tim Frühling, ähm, da, ähm, da hat er wirklich, ähm, einiges zum Besten gegeben, ne? Ja, auf jeden Fall. Das hat auch wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Ich glaub, das hört man da auch raus. Äh, haben wir am Anfang natürlich ein bisschen über Ben Dolic geredet, weil da ja auch die Vorstellung noch nicht so lange her war. Aber, äh, hinten raus sind's dann wirklich viele Anekdoten von, von seinen Reisen zum ESC. Er war ja nicht nur als Kommentator, äh, im Fernsehen da, sondern ist ja auch häufiger mal für einen Hörfunk da unterwegs. Und hat da schon einiges erlebt und mir das auch erzählt. Doch, das kann ich euch auch ans Herz legen. Und, äh, ja, danke fürs Lob natürlich auch. Und dann hat sich natürlich wieder Tobis gemeldet, äh, speziell zu unserer letzten Folge, der verschollene Jahrgang. Und er schreibt, es ist wirklich sehr schade, da hat Deutschland mal ein gutes Lied und dann sowas. Äh, was die meisten aber freuen dürfte, ist, dass der Songcheck mit Alina und, äh, Stefan wieder stattfindet. Ja, das finde ich auch. Und so ganz verschwinden wird der ESC 2020 also wohl doch nicht. Spannend finde ich auch, welche Sänger wieder ausgewählt werden und welche Sänger einen neuen, äh, bestimmen. Dem Uko aus, äh, Estland würde ich zum Beispiel schon einmal nicht hinterher trauern. Und er sagt nochmal danke, äh, für die vielen Folgen, unter denen ich keinen Kommentar geschrieben habe. Und bis dann, ähm, ja, also nochmal vielen Dank, lieber, äh, Tobis. Du bist ja wirklich sehr, äh, straight hinterher und, äh, schreibst auch unter jeder Folge wirklich einen Kommentar. Das finde ich ganz groß. Ich weiß gar nicht, ob wir dir eigentlich auch schon mal, ähm, äh, Aufkleber geschickt haben. Sonst melde dich gerne unter podcast.escgreenroom.de und, äh, schreibst uns nochmal deine Adresse. Dann können wir dir vielleicht nochmal, ähm, auch nochmal für deine viele Mühe, äh, mit deinen Kommentaren uns da nochmal bei dir dazu bedanken. Ja, der Songcheck, ähm, das haben wir ja eben schon mal gesagt, den wird es dann, ab Anfang Mai wird es den dann, wird es den dann geben. Mensch, dann haben wir ja doch wieder eine ganze Menge hier abgearbeitet. Das ist ja ganz großartig. Ähm, ja, wenn wir, wenn du jetzt nichts weiter hast, dann, äh, würde ich tatsächlich nochmal, ähm, auf unseren Hinweisblog nochmal gehen. Ja, dann geh mal auf unseren Hinweisblog. Also, alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auf unserer Website. Und wir möchten euch noch auf die Podcast der KollegInnen des DBP-DW-Netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein. Den Link gibt es auch auf unserer Website. Ja, und wir melden uns, ja, relativ bald. Dann mit unseren beiden Songchecks We Decide 1 und 2. Und dann könnt ihr mal gespannt sein, wer, wie, auf welchen Song reagiert, welchen wir weglassen, welchen wir noch irgendwie nachverhandeln. Das werden knallharte Verhandlungen. Das werden knallharte Verhandlungen. Und wir werden das, glaube ich, dann so wie bei der Zeit machen. Also wir werden dann so fünf Stunden Podcast machen, weil wir dann ganz lange uns niederringen werden. Aber bitte auch mit Safe Word. Ja, genau, mit Safe Word irgendwie. Und dann bestimmen wir das dann, wann es dann wieder aufhört. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt uns gewogen. Und Sonja, wir hören uns bald wieder, ne? Auf jeden Fall. Okay. Lässt sich ja nicht vermeiden. Mein Management hatte ja einen Jahresvertrag für mich abgeschlossen. Genau. Dann werde ich gleich nochmal anrufen. Ja, das verhandeln wir dann gleich nach der Sendung nochmal. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss. 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 Vielen Dank.